Laut dem GEZ-Bonzensender ZDF wurde 1981 eine 17-Jährige getötet und der mutmaßliche Täter freigesprochen. Das Bundesverfassungsgericht beschloss jetzt, eine erneute Anklage ist trotz neuer Beweise nicht möglich. Die Tatortspuren führten zu dem damals 22-Jährigen Ismet H. Guter deutscher Name, typisch. In einem ersten Verfahren wurde der nämlich auch verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof hob diese Verurteilung auf. Die Beweise wären wohl zu lückenhaft gewesen. Aber dank besserer DNA-Technik konnten 2012 gesicherte Faserspuren noch einmal untersucht werden und führten, na, zu wem wohl? Richtig. Zum einst wahrscheinlich fälschlicherweise freigesprochenen Ismet H. Ein neuer Prozess in diesem Fall geht aber leider nicht mehr. Denn im Grundgesetz heißt es im Artikel 103 Absatz 3, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrfach bestraft werden. Dabei ist der Raketenwissenschaftler Ismet H. doch gar nicht mehrfach oder überhaupt bestraft bzw. verurteilt worden. Nur, dass eben irgendein möglicherweise gekaufter Richter der Meinung war, ach, nicht genügend Beweise, deshalb Freispruch. Nun sind die Beweise doch aber da. Egal, der Raketenwissenschaftler Ismet kommt davon. Und warum hat das Bundesverfassungsgericht nun so geurteilt? Ganz einfach. Mal angenommen, der Raketenwissenschaftler Ismet H. wäre mit seiner Verfassungsbeschwerde nicht durchgekommen. Dann könnte auch unser Obermime, Olaf, die polierte Platte, nicht fortwährend behaupten, sein Name sei Hase und er wisse von nichts. Der könnte dann auch wenigstens wegen seiner möglichen Finanzverbrechen eingelocht werden. Wenn neue Beweise für seine Mittäterschaft bei der Wirecard-Geschichte oder der Warburg-Bankaffäre zu Tage treten. Und weil Richter halt anscheinend billig einzukaufen sind, darf dann auch ein wegen Mordes verurteilter Raketenwissenschaftler weiter frei herumlaufen. Was professionelle Verbrecher aus der Politik und Wirtschaft dürfen, darf dann eben ein Hobbymörder auch. Merke, Mord verjährt nicht. Es sei denn, das Verfassungsgericht urteilt zugunsten der Verbrecher. Ja geil, dieses Schauspiel macht doch bei unseren Neuankömmlingen doch nicht die Schule. Mord und Totschlag erlaubt. Man muss sich nur durch die erste nervige, aber völlig belanglose Instanz mogeln. Dann hilft der Bundesgerichtshof jedem Spießgesellen. Aber politisch korrekt muss er sein. Naja, das sind ja unsere zugezogenen Raketenwissenschaftler alle. Nicht wahr? Also dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kompakt TV, Augen auf beim Eierkauf und schön mit Öl.